hallo ihr wisst gar nicht wie sehr ich mich auf dieses video gefreut habe es sind jetzt 100 abonnenten und wie ich euch ja schon angekündigt habe möchte ich da eine verlosung starten aber erst mal vielen 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 lieben dank an alle von euch bin grad total glücklich habe es gerade gesehen und freue mich total vielen vielen dank ich weiß 100 abonnenten sind nicht viel würden jetzt viele denke ich mal sagen aber auch für mich ist das schon so eine zahl wo ich mir denke oh mein gott da hätte ich vor ein paar wochen überhaupt noch nicht dran geglaubt und es sind jetzt in der letzten zeit so viele mehr geworden und ich grüße euch alle und ich möchte euch alle 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 danken für eure unterstützung und kommentare und das wird jetzt ja erst immer mehr und ich freue mich dass das so gut anläuft ja das muss ich einfach mal loswerden ich weiß das ganze gesülze hört ihr bestimmt nicht gerne aber ja ich bedanke mich sehr gern bei euch und möchte euch auch was zurückgeben deswegen starte ich auch gleich für das video nicht ganz so lang werden lassen wie gesagt ich mache eine verlosung und ich zeige euch jetzt erst mal die sachen die ihr gewinnen könnt und danach erkläre ich euch so ein bisschen was zu den teilnahmebedingungen aber das kennt ihr ja auch alles schon okay ganz kurz zu den preisen also ich habe schöne sachen für euch ausgesucht am liebsten würde ich alles selber behalten erstmal zwei nagellacke und die sind wirklich toll von p2 denn ich bin sehr 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 zufrieden mit der p2 qualität von den nagellacken und zwar ist es einmal mein allerliebster nagellack vom p2 ich liebe den und für den sommer ist ja so geil das ist 300 630 passion das ist diese farbe hier ich hoffe die kamera bringt es gut drüber und das ist wirklich so eine geile farbe also für den sommer ist die wie ich ja schon gesagt habe total genial so ein richtig cooles pink koral so und dann auch eine sehr sehr schöne farbe 030 being in heaven und der name sagt es ja schon da ist man wirklich im siebten himmel wenn man diese farbe sieht so ein rosa stichiger newton und wie ihr ja schon gesehen habt ich habe ja ein tutorial zu den ombre nails gemacht und ich sage nur das passt super wenn ihr ombre nails machen wollt also ich glaube ich probiere das demnächst mal auf ich werde mir aus ich werde mir diese farbe auf jeden fall auch noch mal kaufen weil ich die jetzt so schön finde und ja ombre nails ist hier total würde hier total super gehen und dann habe ich auch noch von p2 einen lippenstift und der ist passend so ein bisschen passend zu den nägeln würde ich mal sagen auch von p2 aus der mission summer look le das ist der intensive color lipstick in der farbe 020 pretty in pink und ich weiß dass da ein totaler run drauf war auf jeden fall weil das so eine geile sommerfarbe ist ich zeige es euch noch mal ich passe auch schön auf weil das ist ja alles noch nie gelnagel neu so sieht der aus richtig richtig geiles pink ja den pack ich euch auch noch mit dazu sehr schöne kombi wie ich finde diese drei teile und dann habe ich noch etwas von nyx für euch oder nix ich weiß nicht wie man das ausspricht manche sagen so manche sagen so ich tendiere eher zu nyx aber keine ahnung ich glaube es heißt nix egal ich habe eine palette für euch gekauft und zwar von der one ray collection mit zehn verschiedenen farben und das ist die nummer 03 und die hole ich mal ganz vorsichtig raus hier könnt ihr das sehen das sind alles so neutrale nude farben das ist ja das worauf ich am meisten stehe kommt halt mit so einem kleinen applikator ding und dann hat es hier natürlich auch eine highlighter farbe die ich sehr schön finde es ist eigentlich alles vertreten was man so für den alltags look schminken kann verschiedene so champagner und hell rosane töne aber auch braun töne und auch ein richtig schönes ja schwarz doch es ist schon mattes schwarz würde ich mal sagen einfach um das vielleicht alles noch ein bisschen zu verstärken wenn ihr abends dann mal weg geht und euch zu neutralen look für den tag schminkt legt ihr einfach noch ein bisschen mit schwarz auf und verblendet das alles noch schön mit schwarz und dann ist es auch perfekt für den abend und gerade diese highlighter farbe finden diesen highlighter ton finde ich auch sehr gut es sind sowohl matte als auch schimmernde farben in dieser palette vorhanden und wie ich ja schon gesagt habe das ist die nummer 03 und die kommt auch mit ins päckchen dann habe ich noch zwei sachen für euch die sind nicht aus dem beauty bereich die sind eher fashion teile und zwar finde ich das bei vielen verlosungen einfach dieser fashion teil irgendwie zu kurz kommt und weil ich persönlich das auf keinen fall auslassen will habe ich noch zwei erstes was für euch gekauft und zwar ist das einmal dieser mega geile breite armreif in dunkelblau mit goldenen streifen hier überall und der ist von i am der ist einfach perfekt für den marine look nur wenn ihr gerade hier mal so guckt ich kann ja mal ganz kurz überziehen also der ist so breit und der ist in der größe s aber da passt auch eine etwas breitere hand rein also das überhaupt kein problem und den finde ich wirklich sehr schön ich würde den wahrscheinlich noch mit kleineren dünneren armbändern kombinieren und passend dazu habe ich bei six noch ohrringe entdeckt die ich so so niedlich finde und das sind diese hier das sind so goldene schleifchen wenn ihr das gut erkennen könnt und das passt natürlich auch super hierzu also ist eine gute kombi gleich im pack quasi gekauft die accessoires ja diese ganzen teile könnt ihr gewinnen ich hoffe sie gefallen euch und ihr habt dann freude dran die suchen auf jeden fall ein neues zuhause ihr findet da bestimmt auch noch das ein oder andere kleine pröbchen in der box da könnt ihr dann gespannt sein und ansonsten sind das die preise die ihr gewinnen könnt und jetzt sage ich euch noch ganz kurz was zu den teilnahmebedingungen die verlosung startet ab jetzt 14 tage lang ihr könnt 14 tage lang daran teilnehmen ihr nehmt teil indem ihr mir ein kommentar unter dieses video schreibt und zwar nur unter dieses video und auch jeweils nur ein kommentar pro kanal oder pro person in dem kommentar dass ihr mir dann hinterlasst könnt ihr mir zwei fragen beantworten die ich zur auswahl stelle ihr könnt mir entweder schreiben wie auf meinen kanal gestoßen seid also wie ihr dazu gekommen seid oder was ihr euch so für videos von mir wünscht ansonsten guckt bitte auf jeden fall noch meine infobox da habe ich noch mal alle teilnahmebedingungen reingeschrieben auch noch mal das genaue datum et cetera und so fort wie die verlosung dann von mir ausgelost wird das schreibe ich euch auf jeden fall auch noch mal in die infobox und ich werde aber auch ein video dazu hochladen dass ihr quasi live mitverfolgen kann wenn ich am computer sitze und das auslose dass ihr das genau seht ihr solltet dann natürlich auch abonnent oder abonnentin meines kanals sein aber mehr bedingungen will ich euch gar nicht setzen weil das einfach ein dankeschön ist und da will ich nicht jetzt sagen ihr müsst das und das machen und das und das und das und das wie gesagt ein kommentar pro person schreibt mir unten rein die fragen könnt ihr beantworten und ja ansonsten noch mal vielen 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 dank hoffe die preise gefallen euch und ihr macht alle mit ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag und wir sehen uns dann beim nächsten mal macht's gut ja 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 ja